Immer wieder begeistert Anna Ermakova ihre Follower bei Instagram mit wunderschönen Schnappschüssen. Von heißen Bikini-Fotos über glamouröse Red Carpet-Looks oder einem Tänzchen mit ihrer Mutter Angela ist alles mit dabei. Lange Zeit aber war es still auf dem Account der 22-Jährigen. Nun meldet sich die Tochter von Boris Becker mit einer kurzen Story zurück und zeigt sich dort gleich viermal. Im kuscheligen Eisbär-Look aus weißem Fellmantel und gleichfarbigem Schal lächelt sie in die Kamera, mal mit Schmollmund, mal breit grinsend. Ihre wilde Mähne hat Anna zu einem Dutt gedreht. Im Hintergrund sieht man ein Plakat für die Nussknacker-Vorführung im English National Ballet in London. Vermutlich ist es kein Zufall, dass Anna genau davor für ein paar Selfies posiert. Bald nämlich wird sie als Kandidatin bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance mitwirken. Gut möglich, dass sie sich im Ballett vorab ein wenig Inspiration holen will.